Andy Borg ist ein berühmter österreichischer Country-Sänger, geboren am 2. November 1960 in Wien, Österreich. Er ist nicht nur für seine lyrischen Lieder bekannt, sondern auch für seine Rolle als berühmter Fernsehmoderator. Das Leben von Andy Borg ist jedoch nicht nur vom Ruhm der Bühne erfüllt, sondern enthält auch tiefe Trauer, Herausforderungen und Schwierigkeiten, die seine gesamte Karriere und sein Leben geprägt haben. Um Andy Borg besser zu verstehen, müssen wir tiefer auf seine künstlerische Reise eingehen, auf die Höhen und Tiefen, die er durchgemacht hat, und uns über sein Privatleben und seine Überlegungen zu Liebe, Familie und Karriere austauschen. Andy Borgs Musikkarriere begann Anfang der 80er Jahre zu explodieren, als er mit dem Hit Adios Amor seinen ersten Erfolg erzielte. Dieser Hit kletterte schnell in die Musikcharts und wurde zum Schlagersymbol in der Musikbranche. Dies half ihm nicht nur, sich einen Namen zu machen, sondern öffnete ihm auch die Tür zu vielen Möglichkeiten in der Unterhaltungsbranche. Der Erfolg des Liedes führte zu großen Konzerten, Fernsehauftritten und einer Reihe von darauf folgenden Alben. Er wurde schnell zum Star in deutschen und österreichischen Countrymusikkreisen. Allerdings ist der Erfolg nicht einfach. Hinter dem Rampenlicht musste sich Andy Borg Schwierigkeiten und Herausforderungen stellen, um seine Position zu behaupten. Die Schlager-Musikbranche ist hart umkämpft und das Publikum verlangt immer nach Innovation. Andy Borg muss ständig Innovationen hervorbringen und hart arbeiten, um seine Popularität über die Jahrzehnte hinweg aufrecht zu erhalten. Obwohl es Zeiten gab, in denen er großen Druck verspürte, immer innovativ zu sein und die Erwartungen der Fans zu erfüllen, hielt Andy Borg durch und gab nie auf. Neben seiner Gesangskarriere wurde Andy Borg auch dem Fernsehpublikum ein bekanntes Gesicht, als er von 2006 bis 2015 Moderator der Sendung Musikantenstadel war. Dies ist eine sehr beliebte Musiksendung in Vietnam, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Einladung, die Show zu moderieren, ist ein klarer Beweis für seinen Erfolg und Einfluss. Als er diese Position jedoch 2015 aufgeben musste, war das ein großer Schock für Andy Borg. Der Verlust eines wichtigen Teils seiner Karriere hinterließ bei ihm negative Gefühle und Leere. Dies ist auch eine der großen Traurigkeiten in seinem Leben. Trotz seines Erfolgs auf der Musik- und Fernsehbühne musste Andy Borg auch in seinem Privatleben mit vielen Traurigkeiten und Misserfolgen konfrontiert werden. Eine seiner größten Trauer war die Trennung von seiner ersten Frau Sabine. Sie hatten eine schöne Beziehung und erlebten viele glückliche Momente zusammen. Allerdings verläuft das Leben, wie in jeder Ehe, nicht immer reibungslos. Differenzen und persönliche Probleme wurden nach und nach unüberbrückbar und führten zur Trennung der beiden. Die Scheidung hinterließ tiefe Spuren in Andy Borgs Herzen. Er erzählte einmal, dass diese Zeit eine der schwierigsten Zeiten seines Lebens war. Nicht nur, weil die Beziehung zwischen den beiden zerbrochen war, sondern auch, weil er das Gefühl hatte, es sei ihm nicht gelungen, das Familienglück aufrecht zu erhalten. Er überwand diesen Schmerz jedoch und setzte seinen künstlerischen Weg fort. Für Andy Borg ist Musik zu einem Ort geworden, an dem er Emotionen loslassen und Traumata in seinem Privatleben überwinden kann. Die Traurigkeit hört nicht bei der ersten Ehe auf. Im Laufe seiner Karriere erlebte Andy Borg auch Misserfolge. Oftmals erlebte er einen Rückgang seiner Popularität, wurde von den Medien kritisiert oder hatte Schwierigkeiten, seine Fangemeinde zu halten. Während viele andere Künstler das Aufgeben problemlos akzeptieren könnten, strebt Andy Borg stets danach, erfolgreich zu sein und gibt seine Leidenschaft niemals auf. Dies hat ihm geholfen, einer der beständigsten Künstler der Schlagermusik zu werden. Die größte Traurigkeit in Andy Borgs Karriere ist wohl, dass er seine Rolle als Moderator von Musikantenstadel im Jahr 2015 aufgeben muss. Dies ist eine Sendung, bei der er seit fast zehn Jahren dabei ist und die als großer Meilenstein seiner Karriere gilt. Diese Entscheidung war nicht auf seinen Willen zurückzuführen, sondern auf eine Änderung der Strategie des Senders. Damals wollte man das Programm moderner und attraktiver für ein junges Publikum machen und brauchte dafür einen neuen Moderator. Dieser Abgang verletzte nicht nur Andy Borg, sondern war auch ein großer Schock für seine Fans. Viele Menschen äußerten ihre Unzufriedenheit mit der Entscheidung des Senders und unterstützten Andy Borg, die Sendung weiterhin zu leiten. Er war jedoch gezwungen, die Realität zu akzeptieren und den Musikantenstadel zu verlassen. In vielen Interviews teilte er mit, dass dies eine der schwierigsten Zeiten seiner Karriere sei und er sei sehr traurig, sich von diesem Programm verabschieden zu müssen. Andy Borgs Sohn, der selten in der Öffentlichkeit auftritt, erzählte einmal von der Traurigkeit seines Vaters. Ihm zufolge ist sein Vater ein sehr emotionaler und verletzlicher Mensch. Der Abschied vom Musikantenstadel löste bei Andy Borg das Gefühl aus, nicht mehr so anerkannt zu werden wie zuvor und war für ihn ein schwerer psychischer Schlag. Sein Sohn betonte auch, dass sein Vater immer versuchte, seine Traurigkeit zu verbergen, um andere nicht zu beunruhigen, aber er konnte seine wahren Gefühle nicht vor seiner Familie verbergen. Andy Borg hat neben Traurigkeit auch Freude und Glück im Leben. Eines der Dinge, die es ihm ermöglichten, Schwierigkeiten und Herausforderungen zu überwinden, war seine Liebe zur Musik und zur Familie. Nach der Trennung von seiner ersten Frau fand Andy Borg eine neue Liebe zu seiner zweiten Frau, Birgit. Sie heirateten und führten ein glückliches Familienleben zusammen. Birgit war während seiner gesamten Karriere immer seine Begleiterin und Unterstützerin, die ihm half, Schwierigkeiten zu überwinden und sich in schwierigen Zeiten getröstet zu fühlen. Andy Borg hat oft mitgeteilt, dass Birgit nicht nur seine Frau, sondern auch seine wichtigste Begleiterin ist. Ihre Liebe und Unterstützung halfen ihm, Traurigkeit und Misserfolge im Leben zu überwinden. Er ist immer dankbar, eine Frau zu haben, die ihn liebt und versteht. Und das hat ihm geholfen, die Balance zwischen Privat- und Berufsleben zu wahren. Auch wenn Andy Borg beruflich viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat, versucht er es immer noch und gibt seine Leidenschaft für die Musik nie auf. Mit 63 Jahren hat er seine Gesangskarriere noch nicht beendet, was seine Leidenschaft und Ausdauer beweist. Andy Borg sagte einmal, dass Musik ihm das Gefühl gibt, lebendig und energiegeladen zu sein. Auch wenn er älter wird, möchte er weiterhin einen Beitrag zu seiner Kunst und seinem Publikum leisten. Andy Borg hat zwei Ehen hinter sich und beide haben ihm tiefgreifende Erfahrungen und Reflexionen über Liebe und Leben hinterlassen. Mit seiner ersten Frau Sabine hatte er viele schöne Erinnerungen, doch am Ende konnten sie ihre Beziehung nicht aufrechterhalten und mussten sich trennen. Andy Borg teilte einmal mit, dass er traurig sei, dass diese Ehe nicht von Dauer sein könne und dass er dadurch das Gefühl habe, es sei ihm nicht gelungen, das Familienglück aufrecht zu erhalten. Allerdings räumt er auch ein, dass jede Ehe ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringt und manchmal eine Trennung unvermeidlich ist. Andy Borg hat in seiner zweiten Ehe mit Birgit das Glück, eine Frau gefunden zu haben, die ihn liebt und versteht. Birgit ist nicht nur seine Frau, sondern auch seine Lebens- und Berufsbegleiterin. Er sagte einmal, dass die Ehe mit Birgit ihm geholfen habe, reifer zu werden und eine andere Sicht auf Liebe und Familie zu haben. Mit Birgits Unterstützung konnte Andy Borg Schwierigkeiten überwinden und seine Karriere weiterentwickeln. Im Alter von 63 Jahren hat Andy Borg noch nicht vor, damit aufzuhören. Er tritt weiterhin auf, nimmt auf und nimmt an Fernsehshows teil. Auch nach mehr als 40 Jahren Karriere behält er seine Leidenschaft für Musik bei und sucht ständig nach Möglichkeiten, mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Dies zeigt Andy Borgs Beharrlichkeit und Liebe zur Kunst. Andy Borg geht auch im Alter von 63 Jahren seinen seit Jahrzehnten eingeschlagenen künstlerischen Weg weiter. Seine musikalische Karriere ist nicht nur eine Erfolgsserie, sondern auch ein Symbol für Standhaftigkeit und unsterbliche Leidenschaft. In den letzten Jahren hat er durch Live-Auftritte, Fernsehspecials und neue Alben weiterhin die Liebe des Publikums auf sich gezogen. Er behält nicht nur seinen charakteristischen lyrischen Musikstil bei, sondern versucht auch immer, neue Elemente einzuführen, die dem modernen Geschmack entsprechen und gleichzeitig die Andy Borg-Qualität im Herzen des Publikums bewahren. Einer der bemerkenswertesten Punkte an Andy Borg ist sein Geist, ständig zu lernen und sich zu verbessern. Er ließ sich nie lange ausruhen oder angesichts von Schwierigkeiten innehalten. Anstatt vor Herausforderungen zurückzuweichen, sieht er sie stets als Chance, sich selbst herauszufordern und voranzukommen. Nachdem Andy Borg seine Rolle als Moderator des Musikantenstadel aufgegeben hatte, zog er sich nicht aus der Unterhaltungsbranche zurück, sondern versuchte, seine Karriere durch andere Musik- und Fernsehprojekte neu zu etablieren. Der nächste große Erfolg seiner Karriere war die Moderation der Sendung Schlager Spaß mit Andy Borg im SWR. Dieses Programm zog weiterhin ein großes Publikum von Schlagermusikliebhabern an und Andy Borg festigte einmal mehr seine Position in den Herzen des Publikums. Dies ist ein klarer Beweis für seine Beharrlichkeit und seinen Geist, niemals aufzugeben. Und es ist auch eine Bestätigung dafür, dass Andy Borg noch viel zur Kunst beizutragen hat. Den Blick für diese komplexe Welt der Philosophie zu öffnen. Also ich denke, das Wichtigste beim Philosophieren ist ja auch den anderen zuzuhören und das schaffen die Kinder ja auch von vornherein. Also da kann man ja auch schon mit Kindergartenkindern anfangen. Und der zweite Punkt ist ja die Neugier und die ist ja bei allen Kindern auch da. Und mit diesem Zusammenhang also aus Neugier und Zuhören, finde ich, entstehen immer ganz, ganz spannende Gespräche aus, bei denen die Kinder natürlich voneinander enorm profitieren und wir im Prinzip von den Kindern auch. Und grundsätzlich ist es so, dass wir eigentlich durch diese Fortbildung, die wir gemacht haben, dafür sensibilisiert wurden, dass die philosophischen Fragen eigentlich im Raum stehen. Also dass die eigentlich da waren schon und dass es sich eigentlich lohnt, sich damit auch intensiver zu beschäftigen. Und das hat sich einfach dann gezeigt, dass wir als Lehrer auch einfach sensibler wurden für diese Fragen. Wie sieht denn, wir wollen ja auch ein bisschen bei diesem Podium, wo wir die Preisträger zusammen haben, immer ein bisschen was lernen. Das ist ja so ein bisschen auch die Grundlage beim Schulpreis zu sagen, wo ist was speziell, wo lernen wir was. Wie sieht das ganz konkret in der Umsetzung aus? Wie wird im Schuttertal, in Dörnenbach, in Schweighausen, wie wird philosophiert mit so jungen Schülerinnen und Schülern? Also im Prinzip ist schon eine Gesprächsrunde und da gibt es natürlich so ein paar Rituale, die das Philosophieren eindeuten. Und dann ist natürlich so das Wichtigste beim philosophischen Gespräch, dass alles möglich ist. Also alle Gedanken sind möglich und jeder kann sich dazu äußern. Und den Kindern vermitteln wir aber auch, dass es genauso wichtig ist, das Zuhören, dass beides eben gleich wichtig ist. Das ist einmal meine Redezeit, das ist dann auch so formuliert, und eben die Zuhörzeit. Haben Sie ein paar große Überraschungen erlebt, wenn ich daran denke, wie frei der Spielraum der Philosophie ist? Es gab es immer mal wieder oder vielleicht eine Pointe, was dann doch Schülern einfällt, wo der Blick vielleicht noch ein bisschen unbeeinflusster auf die Welt ist als bei manch einem Erwachsenen? Ja, also ich sehe es schon so. Also jedes Gespräch finde ich eigentlich auch für mich immer sehr spannend, was da für Gedanken schon bei den Kindern sind und wie unterschiedlich auch Kinder sich die Welt vorstellen oder was auch vielleicht hinter der Welt ist. oder ja, also sehr spannend. Also vielleicht ein Thema, was meine Klasse sich ausgesucht hatte. Das kam nicht von mir. Die Kinder wollten philosophieren über die Frage, was ist gute Erziehung? Das klingt hochspannend. Ja, war es. Ich habe die Frage nicht verstanden. Läuft der Prozess noch oder sind Sie da zu dem Ergebnis schon gekommen? Also die Kinder waren sehr klar, was sie da wollten und auch erstaunlich, also es ging auch, sie wollten gerne auch Grenzen haben. Also es war nicht so, dass gute Erziehung heißt, ich möchte gerne verwöhnt werden oder was. Also wir waren schon, wirklich erstaunlich differenziert. Muss man echt sagen. Also auch das klingt sehr spannend und ist sicherlich ein Ansporn, wer das Philosophieren in einer solchen Altersklasse, wer da die Erfahrung von...